Bern wird hindernisfrei. Was umfassen die Massnahmen für Lichtsignalanlagen und Verkehrsraum? Damit sehbehinderte Personen einen Ampelmasten überhaupt auffinden können, werden Markierungen am Boden angebracht. Um eine grüne Ampel als solche erkennbar zu machen, vermittelt eine vibrierende Platte die Freigabezeit. Zusätzlich zeigt ein ertassbarer Pfeil die Gehrichtung an. Anspruchsvolle Querungen werden zusätzlich durch ein akustisches Signal unterstützt. Dies ist insbesondere bei langen Querungsdistanzen oder nicht geradlinig verlaufenden Querungen hilfreich, um sicherzustellen, dass sehbehinderte Personen das gegenüberliegende Trottwar sicher erreichen. Insgesamt werden in der Stadt Bern 46 Lichtsignalanlagen auf diese Weise aufgerüstet. In den nächsten Jahren werden zudem weitere Anlagen im Rahmen von Sanierungsprojekten ersetzt. Auch im Verkehrsraum werden weitere Massnahmen zur Gleichstellung umgesetzt. So werden etwa Randsteine bei Strassenquerungen abgesenkt, damit das Befahren mit Rollstühlen und Rollatoren einfacher ist. Die Montagehöhe der Abfalleimer wird niedriger angesetzt, damit sie für Menschen mit Sehbehinderung ertastbar sind. Und taktilvisuelle Leitlinien, Kontrastmarkierungen sowie zusätzliche Traversen bei Geländern und Blenden helfen, Hindernisse frühzeitig zu erkennen. All diese Massnahmen tragen dazu bei, Bern sicherer und zugänglicher zu machen. ... ... ... ...